Über mehrere Jahre hat es ja keinen großen Unterschied gemacht, ob sie Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen hatten, auf dem Girokonto. In beiden Fällen war es null oder vielleicht sogar mit Verwahrentgelten behaftet. Ob sie dann gesagt haben, ich nehme das Geld vom Konto und packe es in eine Anleihe hinein. Die Renditedifferenzen waren so niedrig, dass es ökonomisch keinen großen Unterschied gemacht hat. Und auch Anleger, die beispielsweise Gelder geparkt haben, um Private Equity Investitionen irgendwann bedienen zu können, eben die sogenannten Commitments, die hatten eigentlich gar keine großen Entscheidungsalternativen. Und das hat sich nun massiv geändert. Wir sehen nun wieder, dass wir im Bereich der festverzintischen Wertpapiere Erträge haben. Bei Hochzinsanleihen 7,5 Prozent, bei nachhängigen Bankanleihen über 5 Prozent, Unternehmensanleihen Investment Grade. Dort wird mit Sicherheit der Großteil der Anleger sich auch tummeln, respektive natürlich auch bei den Staatsanleihen. Aber da sehen Sie schon, wenn Sie das mal aufaddieren, wenn wir Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hier in der Kombination nehmen, in einem beispielhaften und hypothetischen 50-50-Portfolio, dann kommen Sie hier eben, wenn Sie das addieren, irgendwo auf eine Zielrendite von um die, naja, vielleicht Richtung 3,5 Prozent. Und das ist natürlich ein exorbitant hoher Wert. Das bedeutet natürlich auch, dass aufbauend auf der Liquiditätsplanung macht es nun einen erheblichen Unterschied, ob Gelder auf einem unverzinsten Girokonto, auf einem Tagesgeldkonto, bei der vielleicht der Marktzins aktuell bei 0,6, vielleicht 0,8 Prozent liegt oder ob man sagt, na gut, ich habe Gelder, die werden eher zwei bis fünf Jahre liegen. Bei zwei bis fünfjährigen Laufzeiten kann ich mir ein Portfolio aus Anleihe-ETFs beispielsweise zusammenstellen, was dann wieder eine Rendite von vielleicht 3 bis 3,5 Prozent erwarten lässt. Und eben die Differenz zwischen dem Tagesgeldkonto mit 0,6 Prozent und dem 3,5 Prozent im hypothetischen Anleihe-Portfolio, diese 2,9 Prozent, das sind eben diese sogenannten Opportunitätskosten. Und je nachdem, für welchen Zweck hier Liquidität vorgehalten wird, ob es um sechs Monate eine Verwendung geht, um beispielsweise eine Baufinanzierung abzulösen oder ob es um eine ungewisse Verbindlichkeit geht, um Private Equity Investments zu bedienen. Das sehen wir eben hier, je nachdem, die Unterschiede sind dann doch sehr groß. Das heißt, der Denkanstoß an dieser Stelle, die individuellen Präferenzen ausgehend aus der Liquiditätsplanung, die sollten die Parameter setzen für die Duration, also eben auch die Zinsänderungsthematik und auch die Bonitätsauswahl im Anleihe-Portfolio. Aufbauend auf dieser Planung kann man dann eben schauen, wie muss das Anleihe-Portfolio zusammengesetzt sein, um diesen Präferenzen zu entsprechen und eben hier keine Opportunitätskosten zu verursachen oder diese möglichst stark natürlich auch zu optimieren. Ich habe nicht mehr, wie muss das Anleihe-Portfolio sein, um diese Anleihe-Portfolio sein, um diese Anleihe-Portfolio zu verursachen.